Yomiko Was ist das für ein Ding? Yomiko 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 Was hast du gerade gesagt? Yomiko Wie kann das sein? Ich habe dich gespürt, Yomiko Yomiko Ramiro Der Erste. Was hat das mit mir zu tun? Du bist der Erste General der Kaiho. Dich zu töten ist meine Pflicht. Darum bin ich hier. Yamiko, wo bist du? Yamiko? Jetzt ergibt alles Sinn. Was? Darum spüre ich ihn in dir. So muss es sein. Du bist Ryo. Hä? Das ist lächerlich. Wenn du nicht Ryo bist, warum hältst du mich dann? Du weißt es. Du weißt es so gut wie ich. Versuch dich zu erinnern. Wir sind hergekommen, um den Nishoko zu besiegen. Nein. Yuki, Hikaru, wir alle. Alle, die sich gegen die Tyrannei der Nishoko erhoben. Selbst der alte Meister Tsu-Yoshi. Tsu-Yoshi. Nein. Die Macht der Kaiserin war überwältigend. Wir mussten die verbotene Technik einsetzen, aber es hat nicht gereicht. Du hast sie über ihre Grenzen hinausgetrieben. Du hast dich geopfert, um uns eine Chance zu geben, aber wir könnten sie trotzdem nicht besiegen. Genug. Warum widersinnst du dich, Ryo? Es kann nicht stimmen, wenn es wahr ist. Was habe ich dann die ganze Nacht getan? Lass die Schuld nicht deine Erinnerung verdrängen. Lass sie fließen. Du musst dich erinnern. Lass sie fließen. Lass sie fließen. Lass sie fließen. Stopp, Ryo! Sora! Wir kommen zurück, Ryo! Sora! Was? Was habe ich getan? Ich habe uns getötet! Uns alle getötet! Meine eigenen Männer! Als wären sie nur Vieh! Ich habe Ikado gezwungen, sich selbst zu töten! Und jetzt dich! Bitte, vergib mir! Ryo, dieu damit! Ryo, entschuldige dich nicht! Es war nicht dein Fehler! Du weißt, wer das getan hat! Mein Licht! Ich fühle, wie es... Vergeht! Ryo, das trauere nicht um mich! Nein! Ich werde dich nicht sterben lassen! Ich verliere dich nicht noch einmal! Es ist schon gut! Ich bin glücklich! Glücklich, dich wiedergesehen zu haben! Meine Seele ist endlich... Sora! 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 enabled mir! zwei Taten... vier 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 quert vier vier Wart Untertitelung des ZDF, 2020 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 Eine unglaubliche Wendung am Ende. Man hat es schon vermutet, war das sowas passiert, hat die eigentlich nicht damit gerechnet, dass die jetzt die Schattenkaiserin wird. Und am Ende hat Licht und Dunkelheit sich aufgehoben und Gleichgewicht wieder hergestellt. Die Rache ist gestorben, sowohl die der hellen Seite als auch die der dunklen Seite, Licht und Schatten, die Rache von Licht und die Rache von Schatten sind beendet worden. Aber wir viele sind gestorben durch unsere Hand. Unsere früheren Freunde haben wir getötet, um am Ende dann doch zu erfahren, dass wir kein geschöpftes Schatten sind, sondern eigentlich einst mal dem Licht gehörten. Am Ende konnten wir dann doch unseren Auftrag, unsere Mission, unsere Stimmung erfüllen, die in den Schatten, die Rache besiegen, unsere eigene Rache hinter uns lassen. Und Yamiko tatsächlich und endgültig zu erlösen, auch wenn es nicht auf diese Art und Weise ist, wo man sagt, juhu, johe, ist sie dennoch erlöst worden. Und das hat sie sich gewünscht, das hat man gesehen, als sie zum Schluss die Augen geschlossen hat. Sie hat sich nicht mehr dagegen gewehrt. Ja, das war Aragami. Ein schönes Spiel, kann ich euch nur empfehlen. Spielt es selber, kauft es euch, unterstützt die Entwickler. Es ist ein wirklich schönes Spiel, vor allen Dingen, was ich euch auch ins Herz legen möchte oder ich empfehle. Kauft euch den Soundtrack. Rang S! Der Soundtrack davon ist richtig schön, den habe ich mir auch gekauft. Kostet 5 Euro bei Steam oder so. Ist nicht die Welt und ist wirklich, wirklich schön so ein bisschen, ja, so japanisch angehaucht. Hier sieht man, ja, hier sieht man es. Ja, ist wirklich, wirklich wunderschön. Das könnt ihr, ganze Aragami könnt ihr auch im Multiplayer spielen. Das geht auch. Und ihr könnt, wenn ihr mehr spielt, könnt ihr halt eure Farben bzw. Aussehen ändern. Ja, das war es auf jeden Fall. Aragami von mir. Mir hat das auf jeden Fall Spaß gemacht. Es ist ein wunderschönes Spiel. Ich bin froh, dass ich es gespielt habe. Und, äh, ja. Ich bin auch froh darüber, dass ich den Soundtrack habe. Der ist wirklich schön. Der ist so schön. Ich mag so, ich mag so hier ruhigen Lieder. Mag ich sehr gerne. Das war es auf jeden Fall von mir. Das war Aragami. Ich verabschiede mich. Wir sehen uns in einem der anderen Spiele, die ich spielen werde. Ich hoffe, ihr guckt zu. Ähm. Wir sehen uns. Oder auch nicht. Vielleicht hören wir uns ja auch mal. Bis dann. Macht es gut.